So, hier sind wir beim 14. Stuttgarter Wissensforum. 3000 Menschen, es wird gerade geklatscht, die Referenten sind auf der Bühne, ja, ziehen wirklich, tolle Impulse werden da vermittelt. Bei mir Frank Schelen, ein Top-Leadership-Experte. Ja, wie findest du unser Wissensforum-Moment? Ja, die Erwartung wird auch vollstens erfüllt natürlich, da sind nachher tolle Referenten. Wir hatten jetzt einen tollen Referent, der über das Thema Zukunftsmanagement gesprochen hat, was ja auch so eine Sache ist, die mich beschäftigt. Das Thema Führung in Zukunft oder wohin geht das Unternehmen in der Zukunft und was brauchen die Führungskräfte natürlich. Das ist immer ein schöner Mix, tolle Leute, also ein Must-Have-Event natürlich jedes Jahr. So, jetzt reden wir über Frank Schelen natürlich. Ja, erzähl unseren Kunden, auf was konzentrierst du, was sind deine Themen, wie bist du unterwegs? Ja gut, wir haben nächstes Jahr unser 25-jähriges Bestehen, also 25 Jahre machen wir das Ganze schon. Themen, die uns beschäftigen, ist das Thema, wir sagen immer so schön, Messen und Wiegen. Also das Thema Management Diagnostik ist eines der Themen, die uns ganz wichtig ist. Nur das, was gemessen wird, wird auch nachher wirklich verändert. Ich beschäftige mich momentan und das sind auch noch so die Keynote-Themen und die aktuellen Bücher und Artikel dann nachher sehr stark mit dem Thema Führung und Leadership dann nachher. Also was macht wirklich den Unterschied danach? Weil es gibt viele Ansätze über das Thema Führung. Danach einmal philosophisch, einmal aus eigener Erfahrung. Aber die Frage ist immer, was macht es wirklich aus und gibt es neue Wege, die da gehen können danach? Wir haben aktuell Studien beendet, wo wir ganz klar aufzeigen können, dass die Führungseffektivität, die Führungskompetenz der Leute eins zu eins mit Unternehmenskennzeilen einhergeht, wenn ich die richtigen Dinge natürlich mache danach. Und das ist mein neuestes Thema, da spreche ich jetzt Unternehmer-Exzellenz in Kürze bei euch und da freue ich mich natürlich jetzt schon drauf. Okay, aber gehen wir ein bisschen detaillierter rein. Das heißt, unsere lieben Kunden wollen dich buchen. Welchen Mehrwert haben die? Wie sieht so eine Aktion aus? Ja gut, die drei Hauptthemen, die wir bei euch jetzt in den Katalogen drin haben. Das eine ist Stärken, Stärken, Talente. Also wofür brenne ich? Was ist meine Passion? Also das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema, was ich selber auch mal erlebt habe bei mir selber, dass ich mal in einem Job war, der überhaupt nichts mit meinen Talenten zu tun hatte danach. Das zweite Thema Leadership. Danach die Führungskräfte der Zukunft bestimmen, wird das Unternehmen erfolgreich werden oder nicht? Was macht Führung aus? Extraordinäre Leadership von gut to great. Gute Führungskräfte exzellent machen, das ist gut möglich. Die unteren 20 Prozent zu 60 Prozent Effektivität zu bringen, wird schwierig sein. Und last but not least, mein Langzeitthema ist das Thema Beziehungsintelligenz. Kundentypologie, Produkte sind austauschbarer. Das heißt, ich muss es schaffen, einen Zugang zu finden. Georg Lörr hat gerade gesagt, in welchen Millisekunden ich es schaffen muss, mein Gegenüber für mich zu gewinnen danach. Und das sind so die typischen drei Themen. Da mache ich gerne Keynotes auch zu. Und wir als Schelengruppe natürlich mit fünf Unternehmen sind dann auch in der Lage, das in den Unternehmen umzusetzen natürlich. Also von der Strategie eines Unternehmens in strategisches Kompetenzmanagement und dann nachher Implementierung, weil ich bin Unternehmer. Also was mich interessiert, ist immer das, was auch wirklich funktioniert danach. Ja, super. Toller, toller Input. Meine Damen und Herren, wenn Sie Interesse haben, Frank Schelen, sein Team zu buchen, mehr Informationen zu bekommen, dann schreiben Sie uns natürlich, wie gehabt, info at speakers-excellence.de. Wir freuen, dass du heute da bist. Frank Schelen, noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke dir, Georg. Vielen Dank.